und das sind meine zwei schlüssel tragen so brennt hier alles weil ich es angezündet habe weil ja alles heißes alles brennen die heißeste grünen vorhanden heute als feuerwehrfrau ich kann nur an macht mehr schlaß das war lustig einsteigen ja jetzt wird es lustig wenn es jetzt wieder auf die räder käme die die umfahren weg mit euch und jetzt und jetzt und jetzt ja wohl wieder auf die rede und jetzt haben wir hier auch wieder gegner hier ist auch ein dekos mensch was in einer haben will ja nicht mehr was hat er denn alles alles was das eine waffe sagt doch was muss ich gar nicht ich hab nur zwölf keys gemacht wie lächerlich alter falsch mit dir ich steuere einmal kurz fortnight neu weil mir ruckelt der stream ja da in der richtung hast du es gefunden ja ich sehe gerade die folge erst voraus ja wohl geschafft dann auf die krone das muss sein sehr nett danke es leben noch zwei gegner leute aber wo sind ich habe meine waffen wieder aber kann man nicht so habe gar nicht gegeben das wäre auch seine nimmst du dir ja dann ich habe zwei menschen waffen eine goldene eine goldene eine specialis eine epische sniper ja irgendwo müssen wir abgeblieben sein also wie die grundsicht habe ich dann überhaupt ich weiß ich gar nicht das wird mein dreißigster ich habe was gehört ich schieß gerade in die Büsche rein wir müssen so sein im haus in dem busch die könnten überall sein nachnäxig ich werde jetzt mal ein paar glühwämpchen schmeißen passt auf euch auf ins haus hm und die sind erfüllen im baum so viele möglichkeiten gibt es noch nicht mehr ja ich schaue gerade hier oben auf dem berg aber noch gar nicht es könnten aber auch zwei solos sein da müssen sie jetzt mal irgendwo zu sehen sein ja ich mache die heal auf wurde vom sturm zu boden geschickt warte mal ja ich werde angeschossen ich erschüsse da ich war die ich war ein ja ich jetzt bin ich wieder zufrieden jetzt bin ich wieder gute laune jetzt ist wieder gute laune okay jetzt gehen wir bereit noch mal in Lobby in Lobby und